Hallo und herzlich Willkommen in der Open School. Die Open School an der Sportmittelschule Weiz ist ein innovatives Projekt innerhalb der Regelschule. Wie lernen die Kinder? Ich finde das ist auch ein besonderer Aspekt bei Open School, dass es ganz anders abläuft, dass jeder in seinem Tempo arbeiten kann. Wer mehr machen möchte, kann mehr machen. Wer fleißig ist und sagt ihm reicht die Basis, der macht halt nur die Basis. Die Open School bietet die Möglichkeit, dass Kinder miteinander lernen. Jeder kann seine Höhung auswählen und auch die Großen können dann von den Kleinen, und die Kleinen können dann von den Großen lernen. Eigentlich ist das ganz normal, wie Schule und so. Manchmal vor der Schularbeit, zum Beispiel Englischschularbeit, Schreiben wir einen Text auf Englisch. Wir können Mathe, Englisch oder Deutsch machen. Die Lehrer sitzen vorne und können uns helfen, wenn wir Hilfe brauchen. Ich finde das ist eine tolle Möglichkeit für die Schüler und Schülerinnen, das selbstständige Arbeiten zu lernen. Hier ist das Spracherbord. Hier machen wir Deutsch und Englisch. Da ist das Wächelzentrum. Und dass wir durch unser Schulkonzept auch einen wirklich sehr persönlichen Kontakt zu den Kindern prägen können. Auch Zeit ist, dass sich die Kinder vertiefen können in Inhalte, die sie besonders interessieren. Und, glaube ich, bringt den Schülern schon sehr viel, weil sie sehr viel selbst erarbeiten müssen, anstatt dass wir ihnen das vorbeten. Und was auch wichtig ist, dass Lernen Spaß macht. Und so soll es ganz lang bleiben. Das war meine Untertitelung. Glockenzeichen Bis zum nächsten Mal.